Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 7. September 2017 Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern, aber ich kann Ihnen weiterhelfen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe und dieses Energiefeld befindet sich noch im Dirk-Reitzeichnen wieder und dieses Energiefeld strahlt etwas aus und kommen die Einflüsse von Sternen. Und was für Botschaft bekommen wir für die heutigen Tage und hier geht es um das Thema Liebe Partnerschaft. Viele Menschen bewahren ihre Partnerschaft oder ihre Ehe, weil sie meinen, das gibt Sicherheit und die Stabilität und das fühlt sich gar nicht so sicher an oder mindestens mal nicht glücklich. Dann gibt es auch viele Menschen, die bleiben im Elternhaus, weil die wollen nicht erwachsen sein und sie meinen auch, die Elternhaus gibt die Sicherheit und die Stabilität. Und das heutige Thema ist einerseits das Gefühl Sicherheit, Stabilität, einerseits eine glückliche Partnerschaft. Und hier lernen wir gerade uns nichts etwas vortäuschen, sondern erwachsen sein, klare Entscheidungen treffen, selbst zu sein und mal entwurzeln oder etwas verlassen, was vielleicht vermittelt uns momentan das Gefühl Sicherheit, Stabilität. Aber langfristig ist es gar nicht. Und das sollen wir mindestens mal Gedanken machen. Die Ort, wo vielleicht etwas verändern kann in die Liebe Partnerschaft, und das sind die Neuigkeiten, viele Menschen haben neue Begegnungen im Arbeitsplatz, andere durch einen Umzug, eine neue Umgebung. Das ist die Tagesenergie bezüglich Liebe und Partnerschaft. Aber das ist noch allgemein. Ich kann Ihnen aber anbieten, das Maß geschnitten anfertigen, vermitteln, erklären, weil jeder Mensch erlebt das Anderes. Und bei jedem Mensch entstehen mal auch Blockaden oder Schwierigkeiten. Und das kann man überwinden. Da gibt es immer eine Lösung. Und wichtig ist auch die Augenblicke, die Leben zu erkennen und auch im richtigen Ort zu sein. Und das muss auch maßgeschnitten sein. Jeder hat ein anderes Schicksal, einen anderen Lebensbereich, was beschäftigt. Wenn da jemand Interesse hat, unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.